Und hier kommt unsere Mannschaft. Im Tor die 33, Bazzi. Die drei, Matthias. Die Verteidigung, die fünf, Sebastian. Mit der 18, Andrea. Die 50, Luca. Die 55, Stefan. Die 56, Stefan. Die 61, Raphael. Die 93, Simon. Die Stürmer, die vier, Alexander. Die 7, Stefan. Die 9, Brian. Die 13, Christopher. Die 17, Tobias. Die 19, Konstantin. Die 21, Marco. Die 23, Johan. Die 40, Tommy. Die 47, Alex. Die 67, Marco. Die 91, Radek. Die 97, Radek. Die 97, Radek. Die 1, Hermann. Und unsere 10er, Pink League. Die 41,ensen.